experience zu sammeln also erfahrungspunkte um level abzukommen letzte folge haben wir natürlich jetzt müsste sonntag sein denke ich mal heute müsste brennenstadt und flammenstadt laufen bei den rest haben wir alles vorher gemacht ging ja fix und voxie finde ich super und ich sollte mal ein bisschen die taschen leeren das habe ich natürlich vergessen da war wie ein schlauer mann unterwegs nur hier auf mein kanal der schlaueste einer so ich glaube das hört ihr bestimmt vielleicht eventuell keine ahnung ich habe ich auch noch was gut da geht da fixi foxy wir gehen gleich wir gehen gleich das habe ich vergessen zu machen die treuepunkte einzulösen das machen wir noch schnell und dann können wir endlich halt noch schnell verkaufen reparieren so wie es sich gehört lalala und ja ich wollte noch sagen kommen dann samstag ist ne kommen freitag nachmittag denke ich mal geht los mit gold boost da ist wieder los hier mit mehr gold 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 wie hat's geholt mein gott ok wir werden jetzt erst mal brennende stadt dreimal laufen weil das nämlich am schnellsten geht finde ich am besten denn mein arsch kommt aus west nein quatsch nicht quatschen hier öffnen tür so ist fein und dann wollen wir erstmal den hier angreifen weil der der erste ist die wir ja angreifen müssten und danach den nächsten zweiten und dann den dritten und so weiter wenn die ersten drei zerlegt sind dann kommen die nächsten drei angespannt und dann geht es weiter hier und dort und hast du nicht gesehen lalala so und das sind alles bosse und so das sind alles bosse ich sollte auch aus dem weg gehen ausweichen ausweichen so und dann kommt der nächste die die auch alle heißen keine ahnung ich sag einfach mal golems dazu und dann geschickt für mich sehen sie alle aus wie kolosse und golems ok das sage ich mal hierzu kolosse und das eine was was wir erst an die griffe haben ist ein kolosse und er hat den faden verloren heute schnellste einer bin der schlaueste einer wenn so nicht der schnellste schnellste bin ich nicht gar keinen fall so wichtig ist seine attacken auszuweichen genauso wie mit denen ja gut da morgen nichts doll ausweichen da kann ich auch beruhigt stehen bleiben ich kann mich ja an den hochheilen seht ihr also das geht fixi fox das gar kein problem egal wie stark der ist der ist einfach nur hier sind die 73er ok sind andere 73 ja gut die sollte ich mal aufheben und meine karte ist wüten hier schon gern wenn der grund ich weiß nicht warum ich glaube die haben schon ja lange weil wir wissen mit sich nichts anzufangen muss ich kurz mal die hand wir den das sind nach hinten gehen frosch im hals da kommt freude auf frosch im hals da sind mir spricht und fragt sich war es nicht verloren ich weiß nicht warum aber naja die bananen ist ja auch nicht krumm also die banane nicht was er daraus aussehen ihr schweine sondern die richtige banane die man von bäumen ist die von bäumen bei namen bäumen sowie die kokosbäumen es gibt noch ein fünftes spiel haha ich habe nicht mal okay und er meint kommt naja müsste jetzt hier gleich die sechste also nach diesen gott gott so da wird auch gleich das gleich gleichzeitige segnen das klaus hütte gesegnet na los kommt macht es nicht so schwer so und dann ist der letzte wieder mal ich glaube dieser sydney kann nicht richtig zählen bei brennende stadt könnte beinahe steppe gesagt aber dass er stadt zweite halbzeit ok wie er meint die erste halbzeit schon geschafft ist ja schön ok und jetzt den herr kopf ich halb mich noch hoch sehr schlimm wenn nicht gut so bigfoot du komischer bigfoot gleich haben wir gleich haben wir ja jetzt haben wir jetzt haben wir so jetzt müsste ein einzelner kommen wohl auch nicht was einer da ist einer wo ist der dritte wo ist der dritte wo ist der dritte also an dem herr aus dem mark auch noch bigfoot positiven wir sind ganz wichtig gut die 70 erst daran oppe halte ich mal sind zwar blau aber besser als nichts bitwings square launch das alle maler ja dann wird haben wir auf dich hoch zu heilen ich darf das du nicht ich bin der king und du bist der string okay da einer wo es hat zweite bestimmt hinter mir wir müssen aufhören wieso ist hier nur ach so das ist da okay alles klar ich habe nichts gesagt ist der dritte entschuldigung ich habe mich mitgezählt deswegen ja deswegen wird sie ein bisschen länger dauern so jetzt kommen die nächsten drei genau nebeneinander das ist super muss ja also die vorletzten drei müssen wir ja kriegen also hinkriegen ist ja kein problem also stark sind sie nicht alles gut meine technik ist hier immer im kreis zu laufen bei den gegnern immer hinter denen zu sein niemals vor dem wenn dann nur ganz kurz so flamestone die behalte ich mal ich könnte die natürlich verkaufen aber muss ich nicht kann ich muss ich aber nicht ich kann die auch selber aufbewahren mein erster flamestone auch scheiße entschuldigung für den ausdruck aber ja das war nicht gut da habe ich mal nicht aufgepasst ich konnte auch nichts mehr drücken das ist ein problem des systems nicht ich ich mache alles richtig das system ist kaputt nein quatsch aber ein bisschen unvorsichtig bin ich aufs ganze gegangen so jetzt hat er mich betäubt aber er ist dann umgefallen gut 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 so zwei grund haben ist und daher der schwierigkeit machen würde am schluss am ende zu wert okay immer hinter dem bleiben dann passiert auch nichts so ist fein jetzt die fetten golems da ist einer wo ist der zweite der store tut wenn man da ich gehe mal hier so der macht er sowieso die gleichen attacke da ändert sich nischt in sie wird ist der bloß ein bisschen stärker geworden aber selbst das würde mich nicht stören so und da mal okay holen fall bedungen das wäre sehr lieb von dir gut das war der letzte und jetzt können wir raus und das in circa zehn minuten geschafft so jetzt trinkt man ganz heimlichen schluck kriegt ihr sowieso mit dann die papier her moment die finden echt alles ich muss alles verstecken vor allem papier gut was haben wir denn hier 50 treuepunkte das super das sind mir die liebsten ich löse sie mal ein so ich würde mal die banke öffnen und hier schon mal diese steine reinwerfen dann bräuchte nachher nicht mehr mein gott habe ich hier viel krimskram ich habe wirklich alles auf ich will davon auch nichts loswerden so man hat gleich die zweite runde also er wird hinter uns haben das so besser so dass wir es zu tun gut ja herzlichen glückwunsch werden sie uns bald wieder so und da ist er futsch und weiter geht's auf den letzten ja darauf habe ich erwartet dass du die zünders genau alles gut mein kleiner golem noch seid ihr schwach noch kann ich alles ausüben was ich möchte so mein kleiner geflügelter ein kleiner geflügelter mein kleider geflügelter so alles gut alles gut hau doch mal richtig zu hier mädchen ach ach mal los mal los so 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 down fall um geht doch so mein kleiner dicker golem damit tust du uns allen eingefallen kommt schon so bitte 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 du bitte auch schnell kaputt gehen wo ich mit denen immer spielen gleiche spielzeit kaputt dein nächster nicht es gibt noch ein fünftes spiel was ich nie wollte dein fünftes spiel ja hallo geht doch es ist schwer daneben 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 okay jetzt kommt er ja hat er von debuff keine ahnung so komisch und debuff nein der hat gesiegt nun war mein dämlicher charakter jemand anders anwiesen musste 2 1 risiko dämlicher sache nein so der nächste hier der schon wieder den haut gleich um wollte nie wiedersehen zu verarschen was kauft mich zu schlafen so